Kommt mit auf die wunderschöne Kells Range. Wir befinden uns in Bayern im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz und genau hier in der Nähe von Freistadt befindet sich die Kells Range im kleinen Wörtchen Tannhausen. Hier könnt ihr jeden Freitag und Samstag ab 15 Uhr die Biergartenzeit genießen. Jeden letzten Sonntag im Monat geht die Familie Kells alle Besucher zu einem Hofsonntag ein mit abwechslungsreichem Programm für die ganze Familie. Hier kommt jeder garantiert auf seine Kosten. Es wird gegrillt, es gibt Kaffee und selbstgemachte Kuchen und die Kinder können nach Lust und Laune spielen, auf Bonnies reiten, Esel reiten oder unzählige Tiere bestaunen. Und das Beste ist, der Eintritt ist umsonst. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, diesen wunderschönen Hof ganz für euch privat zu mieten, zum Beispiel für Geburtstage, Taufe oder Mutter-Kind-Gruppen. So habe ich die Kells Range vor sechs Jahren kennen und lieben gelernt. Damit es aber für euch spannend bleibt, habe ich natürlich nicht alle Tiere gefilmt. Aber eine Tierart möchte ich euch nicht vorenthalten und das sind Kängurus. Und wenn ihr genau hinsieht, dann könnt ihr das kleine Känguru-Baby sehen, welches die Wilma behutsam in ihrem Beutel versteckt. Alle Infos findet ihr in Facebook oder auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.